So, herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal, der Green Permavolt TV. Heute zeige ich euch meinen Komposthaufen. Hier kompostiere ich meine Grünabfälle aus der Küche. Und das wird zur guten Humus Erde und dort drauf werde ich Kürbis pflanzen und Zorini. Die Erde wird es dann. Sehr, sehr gute Gartenerde. Bis bald, euer Dragonfly. Ciao. Peace.